gta san andreas wir sind hier bei torino oder so glaube ich keine ahnung ich weiß nicht mehr wie der dude heißt auf jeden fall sind wir beim letzten mal stehen geblieben ich glaube die mission habe ich verschissen ich weiß nicht mehr ist schon ein bisschen her letzte aufnahme session aber ich würde sagen wir schnacken gar nicht lang und starten direkt rein in die action interdiction 13 so the left i got a child killer who wants to rip his throat out to the right of my got a white supremacist wants to eat his heart to be precise joe torino was mit deinem gesicht los bzw mit deinem hals sieht echt beschissen aus hey man, wie du all diese Sachen kennst? und wirst du es stoppen? du verstehst einfach nicht, oder? schau es sind alle white knights und heros wir müssen machen, ihr müsst machen wir müssen machen, ihr müsst ich sete bad people auf andere bad people und manchmal ich lasse gute Leute die er ist dein Bruder aber für mich er ist einfach ein collaterall es ist eine sehr delicate decision hier hier ihr habt alle scumbags in der Land und hier ihr habt alle scumbags outside der Land und mir und meine Kollegen wir haben wir haben alles klar wir sprechen später wir sprechen später komm, komm, raus komm 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 okay wenn jemand sein Bruder anrührt wenn jemand sein Bruder anrührt das war Frauen und Kinder kalt gemacht das war ja so dann fahren wir das oder? äh 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 ja ciao 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 ähm pisst euch roman ox- cop Eight der erst mal gut Das ist ein Berg, Doppelnei, Bock drauf Scheiße an der Stelle Wir kennen hier gar nix Wir kennen hier nix Wow Ah, hier sind wir schon Geht hier zum Feldweg ab? Hier? Ja Ist die Feldweg voll? Feldweg ist hier Achso, hier unten ist die City erst Ah, genau Jesus, da war ja was Da war ja was Torino, woher du? Miles away! No time for niceties, kid Choose a vehicle, grab the equipment I've provided Get to that drop zone and wait for that package Mhm, Rakaten, where are we from? Das war falsch, aber hier mit dem Motorbike Äh Ja 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 Das sieht doch Gut aus, da gebe ich die Richtung nix Ah ja Äh Wie hochballern Da sind wir doch schon Ja geil Boah, wat für'n Signal Das ist unser Cargo Das ist unser Cargo, wir kommen jetzt Jesus Will you stop doing that? Hahaha Wie ist hier mit dem fetten Cargo-Bob Oho Ja, woher weißt, dass sie von SIA sind? Ja, woher weißt, dass sie von SIA sind? Ach Gott verdammt, ey Das ist hier neuf okay Äh Äh Entferment Wie ist dieên Knie nicht kein BQUE Alles klar Wie ist die Seite? Oho Ja Frau Knie Holy Macarulay! Joli, ey. Toll, tu... Junge, ist es jetzt mal gut hier? Ja, okay. Ja, das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Ja, also, Torino, bla bla bla, kein Bock mir die ganze Kacke jetzt hier nochmal anzugucken, tschau. Komm, überspringen, danke. Oh Gott. Spass, zwei Sekunden. Wow. Hey, da ist ein Bluton. Scheiße, ist jung. Schrauber abschießen. Okay, das hat nicht so ganz lustig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was ist der Scheiße? Wow. Nice. So, das vielleicht brauch ich mir auch nicht noch mal anhören jetzt hier. Raketenwerfer, Motorrad. Ups. Heilung. Hier hoch. Oua. Waa... Schweiß da. Oua. Woa... Haukein'ショis. das war ja ja hör bitte auf zu labern danke warum ist das denn eigentlich so cool wow wow got a fucking problem Wie viele von den Kack-Helicoptern kommen denn überhaupt hier? Hä, was ist mit dem jetzt los? Hä, was macht der? Mach wieder ruf Pisset euch Knapp mir euer Geld Wie kommen wir jetzt da hin? Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt? Was ist das? Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt? Hier ist er doch Was ist das scheiß Ding gelandet? Das Paket Oh, hallo Polizei Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt hier weg? Oh Gott, jetzt hier mit dem Ding bist da oben Hör keinen Druck Ja, kein Druck Oh, lachen, schau Schuss Bist euch. Was zum Schäferhund. Balkenweg. Immer noch Balkenweg. Hier geht's. Ich bin schon schwarz am Gepalm. Kacke ey. Ähm, wo fahr ich hier gerade hin? Achso. Oh Mann, bitte. Achso. Nein, 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 du kippen. Gut, gut. Jetzt Stoff geben hier. Ja. Dafür krieg ich 1000 Dollar. Oh mein Gott, wie lachhaft ist das denn bitte. Jetzt stehen hier auch keine Ver... Aller ernsthaft? Wie komm ich jetzt zu diesem gottverlassenen Ort hier weg? Nö, oder? Steht hier nicht mal ein Moped rum? Ihr wollt mich doch verarschen. Wo ist das Flugzeug? Wo ist denn die nächste Straße? Wo ist denn die nächste Straße? Wo ist denn das Flugzeug? Oh Gott. Das ist doch alles nicht wahr hier. Hey. Alter. Überfährt er mich einfach? Wäckere ... Porden. Ich will lieber das Motorrad haben. Hey, not so fast, buddy! Hey! Ich bin auf dem Sack, Alter, geh mal auf der Motorrad und wo ist. Was sollen die Faxen hier? Genau, folgt die Kriminellen hier. Lass die Rechtschaffenden Bürger nur in Ruhe. Also mich. Wow. Wow. Easy. Wow. Ja. Ja. Was zieht hier die Brücke? Nee. Das ist alles. Ich muss hier vorne um und da. Hier. Natürlich. Klar. Klar, trifft er mich so, dass ich ins Wasser falle. Wie lachhaft ist das ja mit gewesen. Ja, Mann. Das ist doch schon getan. Punkt jetzt wenigstens hier hoch. Mein Gott, diese Texturen. Ja, dann gehen wir mal speichern. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn euch die Folge gefallen habt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert auch gerne. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei oder schaut euch eins der anderen Videos auf diesem Kanal an. Und bis dahin sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.